Musik Also ich würde immer wieder in die Hansebelt-Region kommen, weil es einfach der wahre Norden ist. Musik Hätte auch Herne werden können, aber zum Glück ist es Lübeck geworden. Musik Also meine Vorstellungen, die ich hatte, wurden übertroffen, vor allem durch die Menschen hier. Musik Leipzig ist sehr geprägt von einer Seenlandschaft, aber man fährt bis zum Meer vier Stunden. Und hier fahre ich ja maximal eine halbe Stunde und kann mich ans Strand legen. Musik Es ist eine sehr schöne Region und ich finde es schön, abends hier entlang zu gehen und irgendwie diesen hanseatischen Stil an jeder Ecke mitnehmen zu können. Das ist schon sehr besonders und sehr schön. Musik 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 Musik